Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Wochenausblick. Ja, zwei Wochen sind vergangen seit dem letzten Wochenausblick. Viel hat sich aber auch zum Glück in dieser Zeit nicht getan. Aber heute wird es endlich mal wieder Zeit dazu, auf die neue Woche zu blicken. Was wird sich tun, beziehungsweise welche Kursmöglichkeiten oder Chartmöglichkeiten haben wir, welche Trade-Möglichkeiten, was für News stehen nächste Woche an. Wir blicken wie immer auf ein DXY, auf Bitcoin, auf Gold, auf ein DAX, auf die ganzen Stockswerte. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Es wird auf jeden Fall spannend sein. Es gibt so zwei, drei, vier News, die wir auf jeden Fall angucken sollten, die nächste Woche sehr, sehr interessant werden. Aber erst gegen Mitte, Ende der Woche. Aber trotzdem, auf jeden Fall bin ich nächste Woche auf diese Woche erst einmal sehr, sehr gut gespannt. Ja, bevor wir starten, wie immer, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News oder Sonstiges. Kommt da gerne rein und ich kann euch einfach nur empfehlen, wenn ihr noch keine Börse habt, meldet euch bei BingX an. Dort habt ihr weiterhin die Möglichkeit, euch mindestens 50 USDT an Free Trades zu holen. Das heißt, die könnt ihr verzocken und Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, damit genug Werbung gemacht. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die Analyse. Die XY momentan bei 101 US-Dollar. Wir sehen hier seit Wochen, also Wochen kann man schon sagen, weil wir hier vom 13. April sprechen, so eine richtige Seitwärts-Akkumulationsphase. Dollar schwächelt ein bisschen, nicht mal letzte Woche. Die Fett-Zinserhöhung hat dem Dollar ein bisschen positiv getan. Wir sehen eine Euro-Stärke, Dollar-Schwäche. Also momentan ist es hier wirklich schwer, den Dollar zu handeln. Ich wollte mich ja ein bisschen mehr auf Forex immer spezialisieren, beziehungsweise mehr und mehr in den Forex-Markt reinkommen. Nur zuletzt gefällt mir das überhaupt nicht. Also so, ich habe mal einen Trade versucht, der ist dann 0 auf 0 wieder rausgegangen. Da habe ich den Euro geschottet, weil ich gehofft habe, dass der Dollar diese Woche deutlich, deutlich an Stärke gewinnt. Aber momentan, riesige Seitwärtsphase, macht überhaupt meines Erachtens nach keinen Sinn, hier irgendwie in irgendwelche Trades reinzugehen. Der Märkte an sich sind extrem stark, muss man dazu sagen. Wir haben Zahlen von Apple gesehen, Apple dadurch ordentlich gepumpt, auch Nastic und so. Kommen wir jetzt gleich wieder dann zu sprechen, S&P 500. Aber Dollar nicht so wirklich stark momentan. Und deswegen würde ich hier auch erstmal ein bisschen Abstand halten. Wir müssen, um hier wirklich mal einen Breakout zu sehen, über die Marke von 102,15 auf jeden Fall drüber kommen. Um dann mal eine Rallye, grundsätzlich bin ich die nächsten Wochen, Monate erstmal so ein bisschen deutlich bullischer, was den Dollar anbelangt. Heißt aber nicht, dass ich bearish in Krypto bin. Wir können auch so eine positive Entkopplung sehen, auch wenn der Dollar steigt, dass wir trotzdem Bitcoin-Entkopplung sehen und die Märkte dafür nach unten hingehen. Wir sehen ja momentan schon so eine Art Entkopplung von den Märkten, so ein bisschen zumindest bei Bitcoin. Und das heißt ja nicht nur, weil der Dollar steigt, dass Bitcoin dann extrem ins Bodenlose fällt. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Momentan ist einfach diese Seitwärtsphase. Wir müssen entweder die 102-Marke oder die 100-Dollar-Marke nach unten hindurch brechen. Das sind so die zwei Key-Level. Man sieht schon, okay, Downtrend wurde durchbrochen, aber mit einer Seitwärtsphase keine Impulse oder so. Müssen wir einfach abwarten, was sich diese Woche tut. Auch wegen den News und so kommen wir aber gleich drauf zu sprechen. Gut, dann würde ich sagen, halten wir uns nicht länger drauf auf. Gehen wir rüber zum Dow Jones. Gehen aber hier erstmal mal in einem 4-Stunden-Time-Frame. Machen hier ganz kurz mal ein bisschen Ordnung, weil es ein bisschen verwirrend aussieht. Und hier hat sich in den letzten Wochen auch überhaupt nichts getan. Also ich war froh, dass ich genau da Urlaub genommen habe, weil sich echt nichts getan hat. Wir sehen so ein bisschen diese Akkumulation-Seitwärtsphase. Wir hatten hier unten, darüber haben wir ja damals gesprochen, nochmal diesen Retest gesehen von unserem Falling Broadening Wedge. Aber seitdem hat sich hier überhaupt nichts mehr getan. Klar, wir haben wieder eine Erholung gesehen. Wir haben die Key-Level hier nach oben hindurchbrochen, die wir jetzt auch mal draus machen können. Wir hatten hier unten leider nicht diese kleine Zone erreicht bei den 32.850 Punkten. Aber gut, für mich momentan wird es jetzt aber ein bisschen interessanter werden. Weil wenn wir uns jetzt mal hier auf dem 4-Stunden-Time-Frame angucken, wird es jetzt hier ein bisschen interessanter. Und zwar müssen wir hier auf jeden Fall über die Marke von 33.800 Punkte gehen. Über diesen WIG hier möglicherweise. Wir ziehen uns hier mal noch das FIP dazu im 4-Stunden-Time-Frame. Schauen uns das auch mal an. Und da seht ihr auch, okay, perfekte Übereinstimmung mit dem Golden Pocket, mit einer 4-Stunden-Supply-Zone. Also hier kriegen wir jetzt schon langsam so ein bisschen so ein Drill rein, dass es hier möglicherweise sogar ein Short-Szenario geben könnte. Volumen ein bisschen zurückgegangen, sollte jetzt aber auch nicht zu überdramatisiert werden. Aber sollten wir hier dieses tiefere Hoch jetzt nochmal bestätigen, vielleicht am Montag. Das wäre mir ehrlich gesagt lieber, weil ich freitags ungern in Trades gehe. Weil ihr habt es die letzten Wochenende mal mitbekommen. Banken, Pleite gegangen, übers Wochenende, dann wurden sie von JP Morgan oder anderen Banken gerettet. Und das kann auch wiederum einmal Auswirkungen auf die Kurse dann am Montag haben. Deswegen freitags gehe ich ungern in Trades. Das ist jetzt so eine Möglichkeit, die ich jetzt auf jeden Fall sehe, beim Dow Jones hier möglicherweise ein Short einzugehen. Mit einem Stop-Loss hier über die 34.000-Punkte-Marke. Wir schauen uns mal ganz kurz an, was das bedeuten würde. Wäre ungefähr ein Trade-Risiko von 0,5 bis 0,7%. Finde ich, kann man eingehen. Würde ich jetzt aber noch bis Montag warten, dass wir hier gegebenenfalls in einen Trade reingehen, in einen Short-Trade. Gefällt mir momentan ehrlich gesagt nicht so gut. Klar, wir haben eine riesige Seitwärtsphase, aber an sich, die Märkte sind, jetzt mal abgesehen von Krypto, sind wir ein bisschen zu pump-lastig. Dafür, dass wir 5,25% Zinsen in den USA haben. Klar, der Arbeitsmarkt nur so, alles robust, alles gut, aber das kann sich von heute auf morgen einfach ganz schnell ändern. Und irgendwie traue ich den Zahlen irgendwie nie so wirklich. Auf Daily-Sicht hat sich auch sehr, sehr wenig getan. Wie gesagt, hier wird es jetzt darauf ankommen, wie wir uns jetzt eben an dieser Zone verhalten für einen potenziellen Short. Ansonsten absolute Seitwärtsphase. Seit Monaten, kann man auch sagen, seit November, haben wir hier eine Range gebildet zwischen 34.600. Und wenn wir jetzt mal einen tieferen Wick hier unten nicht mit reinnehmen, 31.700 US-Dollar. Das ist die Range. Solange wir uns hier nicht nach oben oder nach unten endgültig rausbewegen, wird es schwer. Aber wie gesagt, ich bin hier momentan ein bisschen eher auf der Short-Seite, um gegebenenfalls dann die Gegenbewegung bis 32.760 Punkte mitzunehmen. So, dann rüber zum S&P 500. Auch hier ordentlicher Move gestern nochmal nach oben gemacht. Eine ordentliche Candle natürlich auch von den Apple-Zahlen angetrieben, die jetzt eigentlich gar nicht so gut waren. Und das meine ich damit. Apple-Zahlen waren jetzt nicht wirklich so gut, weniger verkauft, mehr Umsatz und sowas gemacht. Natürlich, weil Inflation auch ballert überall. Das sieht man überall auch in den Lebensmittelläden oder sonst in Nestle und so. Verkaufen alle weniger, machen mehr Umsatz, weil die Inflation ballert. Frage ist, wie sich das halt jetzt die nächsten Monate auswirkt. Ich sehe das ganz ehrlich gesagt nicht so wirklich bullisch momentan. Aber auch beim S&P 500 hat sich die letzten Wochen sehr, sehr wenig getan. Klar, wir stehen robust da. Wir haben hier kein tieferes Tief reinbekommen, haben hier nochmal einen schönen Wick nach oben hinbekommen. Trotzdem gefällt mir die ganze Sache momentan ehrlich gesagt nicht wirklich gut. Auch hier bin ich erstmal auf der Short-Seite. So ein richtiges Setup tue ich mir hier aber ehrlich gesagt schwer. Da gefällt mir der Dow Jones ehrlich gesagt ein bisschen besser. Wir haben hier oben noch so ein kleines CME-Gip zu füllen bei ungefähr 4.170 Punkte. Das könnten wir uns nochmal holen. Das wäre vielleicht ein ganz, ganz interessanter Bereich. Ansonsten seht ihr auch hier monatelange Seitwärtsphase. Wir müssen hier mindestens über die 4.226 Punkte Marke kommen, um überhaupt mal diese Range zu verlassen, die wir hier über Monate wiederum gebildet haben. Also auch hier momentan keine wirklichen Auswirkungen oder irgendwelche Trade-Signale, die ich hier auf jeden Fall geben kann. So, dann sehen wir mal so ein bisschen unser Zugpferd an und das ist der Nasdaq. Da haben wir auch schon öfters drüber gesprochen, vor allem wo wir so mitten in den ganzen tiefen Kursen waren, haben wir ja drüber gesprochen. Okay, Nasdaq sehr, 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 sehr schwach auf jeden Fall gewesen. Erholt sich jetzt dafür deutlich, deutlich stärker, muss man auch dazu sagen. Seitwärtsphase haben wir hier nicht so wirklich. Wir haben die Key-Level, beziehungsweise hier diese wichtigen Zonen von unserem CME-Gips, haben wir jetzt erstmal gefüllt. Sehen die hier auch schon erste Anzeichen einer Bearish Divergence auf dem 4-Stunden-Timeframe. Also auch nicht wirklich bullisch, was der Nasdaq hier geliefert hat, zumindest momentan. Wir haben zumindest noch die Chance hier in Richtung 13.500 Punkte zu kommen. Das wäre so dieses letzte kleine Gap, was wir hier oben noch haben, wo ich sagen würde, okay, das wäre so noch dieses kleine Ziel. Das könnten wir noch erreichen, aber ansonsten sehe ich auch hier erst einmal so eine kleine Korrekturwälde. Also mir gefällt einerseits hier diese Strukturbildung nicht, dass wir hier so eine Art Rising Ratch bilden, mit natürlich auch immer höheren Hochs. Aber Errors eigentlich so geil, die Impulse werden schwächer. Also auch hier bin ich erst einmal so ein bisschen auf Short-Seite gewidmet, mit eben Entry-Ziel entweder Montag oder in Richtung 13.475 bis 13.500 Punkte. Also ihr seht, ich bin Stocks-Market, bin ich überhaupt nicht so bullisch. Da gehört eigentlich mal so eine Korrektur rein. Und hier, das wäre so die Zielzone bei ungefähr 12.250 Punkte, die ich mir erst einmal vorstellen könnte. Wir ziehen hier ganz kurz mal das FIP-Level. Ob wir hier zufällig über Einkünfte sehen? Ja, zumindest einigermaßen hier bei 12.300 Punkte. Also minimal drüber über unserer Zielzone wäre so ein Level, wo ich sagen würde, okay, da könnten wir auf jeden Fall dann Take Profits nehmen. Oder gegebenenfalls dann hier wieder zu long switchen. Aber momentan gefällt mir die ganze Sache nicht so wirklich gut beim Nasdaq, bei S&P 500 und bei Dow Jones. Also hier werde ich versuchen, nächste Woche mal ein paar Short-Signale reinzuknallen. Vor allem hier oben dann bei 13.500 US-Dollar. Wobei Nasdaq, S&P 500, ein bisschen vorsichtiger sein, sehe ich weniger Short-Signale oder Trade-Einstieg. Aber Dow Jones und Nasdaq, das sind jetzt erstmal die Signale, die ich geben kann. Beziehungsweise die wir uns dann nächste Woche nochmal ein bisschen genauer anschauen werden. Gut, dann gehen wir rüber zum DAX. DAX extrem Bullish. Wir haben endlich die 16.000-Punkte-Marke gesehen, haben wir ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen. 16.000, endlich mal so eine magische Zielmarke, die erreicht wurde. Viele haben nicht mehr daran geglaubt. Ich war trotzdem noch irgendwie so dabei, okay, 16.000-Marke kann auf jeden Fall noch geholt werden. War kurzer Stand und dann ging es sofort runter. Aber auch hier haben wir uns sehr standhaft gehalten. Also wir haben jetzt kein strukturrelevantes Tief hier mehr gebildet. Wir schauen uns das Ganze mal auf Daily-Sicht an. Da seht ihr auch, okay, tieferes Tief war jetzt auch nicht hier von reden. Wir haben zwar einen Rig drunter gesehen, aber keinen Schlusskurs. Also auch hier sind wir weiterhin grundsätzlich Bullish unterwegs. Wird sich jetzt halt zeigen, wie der DAX, das Sentiment ist weiterhin bearish eingestimmt. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Weiß ich nicht, also shorten würde ich hier nicht. Wir können mal eventuell hier oben die 16.011-Marke im Blick behalten. Da, wo unser Hoch war, wo abverkauft wurde. Das heißt, hier ist viel Liquidität reingekommen. Man hat auch gesehen, wie schnell das damals ging, wo wir da abverkauft wurden. Wäre so der erste Ankerpunkt. Aber ansonsten bin ich hier ehrlich gesagt weiterhin eher mal so in Richtung, dass wir hier weiter long gehen. Klar, wir bilden jetzt hier so eine Art, weiß ich, Megafon oder was weiß ich, was man hier dazu sagt. Muss mal vorsichtig sein. Dann gegebenenfalls sollten wir hier oben wirklich so ein kleines Fake-Out sehen nach oben. Dann, okay, Short probieren. Aber weiß ich nicht. Ich würde mich hier nicht reinsetzen und sagen, okay, wir gehen safe hier oben Short. Das müssen wir uns dann alles am Montag oder Dienstag da mal ein bisschen genauer angucken. Aber momentan DAX einfach zu Bullish, um hier reinzuschorten. Ihr habt es mitbekommen, die kleinen Sculps haben immer mal funktioniert. Aber so richtig ein Crash oder so eine richtige Korrektur, die ich mir hier unten eigentlich erhofft habe, bis ungefähr 15.300 Punkte, die gab es einfach nicht. Und ich zweifle auch momentan dran, ob das so schnell kommen wird. Auch wenn ich grundsätzlich jetzt gerade ein bisschen bearischer eingestellt bin, was die US-amerikanischen Märkte angeht. DAX schwer einzuschätzen. Für mich momentan weiterhin eher, weiterhin Bullish. Müssen wir mal schauen, was sich da nächste Woche tut. Gut, 16.200, 16.300 wäre dann so die nächste Etappe, die im Bereich des Möglichen wäre. Gut, dann geht es schon zum Vorletzten. Wir gucken uns Gold an. Gold gestern ordentlich auf den Sack bekommen, erst einmal nach den Zahlen, die da veröffentlicht wurden. Wir sind kurzzeitig unter 2.000 Dollar Marke gefallen. Trotzdem für mich Gold weiterhin absolut Bullish unterwegs. Bin ich ganz ehrlich, ich akkumuliere weiter ein bisschen Gold. Ich habe es gestern schon in der Telegram-Gruppe dazu gesagt, so ein Wig hier runter in die Marke von 1.990 wäre vielleicht nochmal ganz gut, um die Ineffizienz zu füllen. Haben wir bisher noch nicht bekommen, könnte noch kommen. Wenn wir uns jetzt mal hier das FIP-Level ziehen, wäre so eine Erholung bis 2050 oder 2040. Auf jeden Fall im Bereich des Möglichen, bevor wir dann möglicherweise nochmal einen kleineren Abverkauf sehen. Also so irgendwo in den Weg, dass wir dann nochmal runterkommen und dann eine Erholung sehen. Was könnte dazu führen, dass gegebenenfalls Gold wieder ein bisschen stärker wird? Da kommen wir jetzt gerade mal zu den News und zwar kommen die VPI-Daten. Die VPI-Daten am Mittwoch könnte sehr, sehr interessant werden. 5% Prognose vorherig waren auch 5%. Wundert mich eigentlich, dass man hier nicht von sinkenden Inflationsraten ausgeht. Wundert mich wirklich, auch in der Kernrate, die am Mittwoch auch kommt, wird sehr interessant. Auch hier geht man von weiterhin Stagnation aus. Obwohl man die Zinsen erhöht hat, klar, dauert immer ein bisschen, bis hier die Auswirkungen kommen. Aber ganz ehrlich, ich kann mir sogar vorstellen, dadurch, dass vor allem US-Öl, also WTI-US-Öl, haben wir uns ja auch öfters mal angeguckt, deutlich, deutlich schwächer unterwegs ist, kann ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen, dass die Inflationsraten deutlich oder nochmal einen Satz zurück macht. Und am Donnerstag kommen dann die Erzeugerpreise. Auch hier sehen wir eher so ein bisschen Stagnation. Also vorherig waren es 3,4, Prognose ist bei 3,3. Auch das könnte natürlich der Inflation wieder ein bisschen in die Karten spielen. Also, dass es weniger wird, für uns dann auch ein bisschen. Schauen wir mal, wie die Zahlen ausfallen. Sollten die beschissen ausfallen, sehe ich Gold deutlich, deutlich höher. Also, dass wir dann doch wieder so ein All-Time-High-Richtung-Niveau gehen. Sollten die Zahlen wie prognostiziert oder sogar leicht besser ausfallen, dann könnte das wirklich passieren, dass wir hier eben diesen Wig nach unten hinkriegen, Richtung 1.950, äh, 1.990 oder 1.980 rum. Und dann eben die Erholung wieder sehen, nachdem dann Gold doch wieder ein bisschen stärker gehandelt wird. Das sind so ein bisschen die Pläne. Deswegen auch die Woche so ein bisschen die Prognose ein bisschen bearischer. Ich weiß nicht, was ich von den Inflationszahlen halten soll und auch von den Erzeugerpreisen, die dann kommen. Natürlich haben wir am Donnerstag dann auch noch Arbeitslosenzahlen, Arbeitslosenzahlen, also halt die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Folgeanträge und so. Aber die lassen wir jetzt mal ein bisschen beiseite. Das sind eigentlich so die drei wichtigsten News-Events diese Woche, auf die wir auf jeden Fall achten sollten. Schauen wir uns doch mal ganz kurz den Daily-Time-Frame an. Wie sieht es da aus bei Gold? Würde auch perfekt passen hier unten mit dieser Daily-Demand-Zone, dass wir hier unten einfach nochmal in den 1.990er-Bereich reinkommen beziehungsweise maximalen Abverkauf bis 1.977 sehen. Dann wäre die Struktur weiter in den Gang und wir könnten weiter in unseren Weg Richtung neues All-Time-High fortsetzen. Gut, und dann ganz zum Schluss gehen wir rüber zu Bitcoin. Ja, ich habe es ja heute früh schon im Video angewendet. Es ist momentan ein bisschen komisch. Wir haben diesen Paper-Hype, wir haben den Meme-Hype. Später kommt übrigens auch noch ein kleiner Meme-Token von mir, den ich rausgesucht habe. Freut euch da schon mal drauf. Altcoins fallen deutlich. Man sieht es hier rechts ein bisschen auf der Seite. Altcoins teilweise 2-3% Minus. Bitcoin hält sich absolut stabil momentan, muss man dazu sagen. Ist schwer momentan einzuschätzen. Also für mich, solange wir hier kein tieferes Tief unter 27.200 oder sagen wir mal 28.200 kriegen, auf Daily-Sicht sehe ich die ganze Sache erst einmal bullish weiter. Dann 30, 32k und ihr wisst, 32k ist unser Endgegner. Kriegen wir die 32.400 US-Dollar-Marke gebrochen, dann wäre nächster Step 35 oder sogar 40k. Das sind so die nächsten Level, da wird es jetzt vielleicht auch diese Woche nochmal ein bisschen spannender werden. Vielleicht lässt der Meme-Hype auch wieder ein bisschen nach. Ach, wird sich dann zeigen, dass vielleicht doch wieder mehr Geld in Alt und Bitcoin fließt. Inflationszahlen, Erzeugerpreise, also es steht einiges diese Woche an. Bitcoin schwer einzuschätzen, aber mit Tendenz weiterhin bullish. Erst einmal zumindest. Und dann schauen wir einfach mal weiter, würde ich sagen. Gut, das war es jetzt erstmal zum Marktausblick. 15 Minuten sollten reichen. Ihr habt das Wichtigste gehört, ihr habt die wichtigsten News, ihr habt die wichtigsten Charts. Und würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Like da lassen, Abo da lassen und gerne einen Kommentar unten reinlassen. Für den Algo würde ich mich richtig drüber freuen. Gerne in die Telegram-Gruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale. Und mein Partner BingX. Damit würde ich sagen, wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Wer keine Videos mehr schaut, schönen Start in die Woche. Hoffen wir auf eine erfolgreiche Woche. Das war es von mir. Wir hören uns später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay creative.